Die Irrtümer und das Nichtwissen überwiegen bei den Studienanfängern in der Rechtswissenschaft. Das beginnt mit den Voraussetzungen für das Studium. Man muss mit Sprache umgehen können und man muss letztlich eben auch so etwas wie Rechtschreibung und Grammatik fehlerfrei beherrschen. Es will ja später niemand ein urteilvoller Fehler haben. Man muss auch mögen, viel zu lesen. Das ist eine Buchwissenschaft. Das Problem liegt im Kern darin, dass die meisten in der Schule kein Fach Rechtswissenschaft haben und von daher nicht die Möglichkeit haben herauszufinden, ob ihnen das Fach liegt, ob sie das Talent haben. Es gibt auch eine große Unkenntnis darüber, was man eigentlich studiert, dass man eine Generalistenausbildung hat, in der Zivilrecht, Strafrecht und öffentliches Recht bis zum Schluss auf hohem Niveau studiert werden müssen, ohne dass es viel Raum für Spezialisierung gibt. Einige Schwerpunktsetzungen abgesehen, ist vielen nicht klar. Und dann ist auch vielen unklar, was genau Recht studieren bedeutet. Es bedeutet eben nicht das Recht auswendig lernen, die Gesetze auswendig können, sondern man lernt ein System kennen und man lernt im System und mit dem System zu argumentieren. Letztlich unterschätzen die meisten auch die Schwierigkeit des Studiums. Es ist ein schweres Studium. Es ist kein Studium, das man mit halber Kraft ohne Ernst bewerkstelligen wird, sondern es fordert mindestens 100 Prozent. Und letztlich wissen viele nicht, dass sich nach der ersten Prüfung, dem ersten Staatsexamen, eine weitere Ausbildung anschließt. Das Referendariat, zwei Jahre mit einem zweiten Staatsexamen und erst mit dem zweiten Staatsexamen wird man in aller Regel auf den Berufsmarkt treten. Sechs Jahre Ausbildung, das ist eine lange Zeit, was vielen nicht klar ist. Aber ich denke, dass diejenigen, die gerne argumentieren, die vielleicht gerne auch streiten im guten Sinne, die den Argumenten auf den Grund gehen wollen und differenziert über Dinge sich austauschen wollen, dass die vielleicht auch ein gutes Potenzial haben, Spaß am Jurastudium zu haben und später auch gute Juristinnen und Juristen zu werden. Je davon Netto Pireistinnen und Juristinnen und Juristen zu haben,